Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Ghost Vicuol Wie ihr sehen könnt ist da nicht mehr viel hier nur noch eine Hand voll von den Leuten und dann geht es richtig ab so wir werden den hier bearbeiten Wir wissen dass Elchidos Konzert an einem Ort namens Umamarca stattfindet. Wir stoppen die Show, gehen rein und nehmen den Laden auseinander Richtig So die Frage ist los wie komm ich dorthin Nö abfrischen Keine Kanäle So 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 Das egal Das ist Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier werden wir jetzt zu tun. Und mal gucken, was das abgeht. Mal sehen, was wir tun können, damit El Chido dort nicht spielt. Vielleicht niederbrennen? Mal langsam, Feuerteufel. Vielleicht gibt's noch was Subtileres, okay? Granate kommt. Come mierda, culeros. Granate fliegt. Nämt das. Granate fliegt. Was ist denn hier drunter? Nee. Erfolgt. Das war's schön. Ungut. Aber die können sich jederzeit neue kaufen. Aber Alchido kann sich keine neuen Eier kaufen. Er hört von der Explosion und läuft mit angeknüpfenem Schwanz nach Hause. Schieße! Shit! Ein Scharfschütze! Schmerz direkt! Alter. Ich bin schnell weg. Ich renne. War nicht mehr. Ich renne. Ich renne. Wir sind gestern. Alter. 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 Nein. Boah, ich bin in den Deckung gegangen. Du Sack. Komm schon. Ja, schnell. Auf den Boden. So eine Scheiße. So. Okay. So. Das war's. Dann das mal hier verpissen. So. Ja. Ich halte ihn schon mal. Schon mal an. So. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ihr könnt einen Kommentar da lassen. Und wir sehen uns bestimmt zur nächsten Ausgabe von. Ghost Raikun. Bye bye.